Der Kämpfer Sima bekommt erst eine Verwarnung wegen der Er hat sich gestern gewonnen. Ihr müsst schon etwas verhaut. Er ist so ein Volk. So kann er euch überhaupt nicht hören. Kämpfer in ihre Ecken. Kämpfer in ihre Ecken. Weißt du, was wir hier machen? Weißt du? Der Kämpfer Sima bekommt erste Verwarnung wegen der Schmerzverlust. Der Kampf geht weiter. Und die erste Hälfte. Das erste Kampf ist in der Gruppe der Schwergewichte. Ist vorbei. In der zweiten Hälfte gibt es noch. In kürzester Zeit möglich, in den Retterpunkt ist zu landen, um diesen Kampf zu gewinnen. in der zweite Ecke. In der zweiten Hälfte sind für die eine Däcke. Ich habe mich sehr gut gemerkt. Ich habe ihn jetzt hier very gut! In der zweiten Hälfte sind am Ende Tand, was ich auch was ich eigentliche gesehen habe. Eine Dänke. Die Däcke ist fach 185. Der Kürzester hat mich nicht. Die Däcke ist voll. Ich habe die Däcke. Ich habe die Däcke ausgedacht. Stopp! Stopp! Kämpfer ist vorbei!